Schach spielt man schon lange. Dementsprechend weit reicht auch die Geschichte des Wortes zurück. Sie ist aber nicht nur lang, sondern auch verzweigt und hat Verbindung zu vielen anderen Wörtern und Konzepten. Lasst uns dem etwas nachspüren. Wie das Spiel selbst kam auch das Wort aus Frankreich nach Deutschland. Schach ist abgeleitet vom Altfranzöschen Ischac. Die Franzosen hatten sich aber weder das Spiel noch die Bezeichnung dafür selber ausgedacht. Über die Araber hatte es sie aus dem fernen Persien erreicht, wo man das Spiel nach dem Schar, dem König, benannt hatte. Die Franzosen haben aber doch einen eigenen Beitrag geleistet, den K-Laut am Ende, der im Deutschen zu einem K wurde. Er entstand unter dem Einfluss von Ischek, Beute. Man kann sich gut vorstellen, dass für einen erfolgreichen Schachspieler die Ausrufe Beute und Schach durchaus nah beieinander liegen. Der Grund, dass du, vereinzelter französischsprachiger Zuschauer, an dieser Stelle die Stirn runzelst, ist, dass es dieses Wort heutzutage nicht mehr gibt. Es wurde später durch Butin ersetzt, das vom Mittelniederdeutschen Bute kommt. Woher wir auch unser deutsches Wort Beute haben. Dass die feinen, romanisierten Franzosen sich ein Wort von den barbarischen Germanen abgeguckt haben, mag erstaunen, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Schon Ischek war von den germanischen Franken bei ihren Raubzügen hinterlassen worden. Passenderweise kommt es von Skag, Raub, dass auch die Nachfahren der Franken, die Niederländer, noch als das Verb Schaken kennen. Es bedeutet einerseits wegen Ischak, Schachspielen, andererseits auch, sich mit verschiedenen Methoden eine Frau ergattern. Wir waren aber im Orient stehen geblieben. Dort war den Herrschern der Titel Schar inzwischen nicht mehr gut genug. Es entstanden etliche Steigerungen, wie zum Beispiel der türkische Pasha oder Schahanschar, der König der Könige. Diesen durchaus populären Titel trug auch ein ganz bestimmter orientalischer Herrscher. Wir kennen ihn als einen barbarischen, sklaventreibenden Despoten. Hauptsächlich, weil er uns in gewissen Filmen so präsentiert wurde. Tatsächlich war aber in seinen Persien die Sklaverei verboten. Seine Gegner, die Griechen, überlieferten uns seinen Namen als Xerxes. Er selbst sprach ihn wahrscheinlich eher als Schachschan aus, aber vermutlich mit mehr Eleganz als ich. Jedenfalls war auch er ein König der Könige. Wir schieben aber die Geschichte von Schach vor uns her. Vermutlich, weil ich Schachschan noch irgendwie aussprechen kann, diesen Vorfahren von Schach aber nicht mehr. Das wurde aber wenigstens noch von seinen Sprechern aufgeschrieben und nicht von Linguisten rekonstriert. Die unterstellen nämlich eine mögliche Verbindung zu... dem hier. Das Sternchen bedeutet, dass es sich um ein rekonstruiertes Wort handelt. Aus diesem fernen Teil der Geschichte sind nämlich keine Texte mehr überliefert. Damit nimmt der Grad an Spekulationen stark zu. Chaya, was auch immer, könnte also auch einen anderen Ursprung haben. Wie es auch sein mag, unser unaussprechlicher Freund hier bedeutet jedenfalls Sehen. Das scheint auf den ersten Blick keine Verbindung zu den Herrschern zu haben. Tatsächlich ist aber der Weg von Sehen zu Überblicken über Herrschen zu den Herrschern doch recht nachvollziehbar. Ob es diese Verbindung gibt oder nicht, dieses Wort kommt jedenfalls aus dem Proto-Indoeuropäischen. Entschuldige, dem Ur-Indo-Germanischen. Von dieser Sprache stammt, wie man sehen kann, auch das Deutsche ab. Die Germanen fanden das Wort anscheinend auch unaussprechlich. Sie vereinfachten es zu Auge. Unzählige Generationen fauler Jugendlicher nutzten mit der Zeit das O zu einem Ö ab, sodass wir heute vom Auge sprechen. Das unaussprechliche Wort für Sehen fand seinen Weg also durch Auge und Schach gleich mehrmals ins Deutsche und auch noch ein drittes Mal in der Zusammensetzung vor Erscheinen. Um herauszufinden, zu welchem modernen Wort diese Verbindung wurde, müssen wir notgedrungen versuchen, sie auszusprechen. Mit ein wenig Mühe erkennt man darin schon das lateinische Wort Anticus, alt, und davon abgeleitet unser Wort für die Zeit, als man noch Latein sprach, die Antike. Vor mehreren tausend Jahren hatte also in der südrussischen Steppe das Volk der Ur-Indo-Germanen ein Wort für Sehen. Ein Teil dieses Volkes wanderte hier hinaus, vermischte sich mit den Einheimischen und entwickelte dabei aus diesem Stamm das Wort Auge. Ein anderer Teil ging nach Süden und entwickelte dort ein Brettspiel, das sie nach dem Titel ihres Herrschers benannten, den sie aus demselben Stamm hergeleitet hatten. Dieses Spiel und sein Name verselbstständigten sich und gelangten letztendlich über die Araber und Franzosen an denselben Ort wie das Auge. Eine dritte Gruppe brachte das alte Wort Sehen in der Form Hentiquas nach Italien, wo sie so erfolgreich kamen, sahen und siegten, dass selbst ihre feindlichen Nachtbaren ihre Epoche bis heute mit diesem Wort bezeichnen, die Antike. So timmeln sich die weitgereisten Nachfahren eines einzigen uralten Wortes in der ganz normalen deutschen Sprache von heute.